Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Dittrich und ich bin Verkaufsberater hier bei Skoda Automobile Müller in Wurzen. Und heute möchte ich euch den neuen Skoda Enyaq vorstellen. Der Skoda Enyaq kommt daher mit einem Einstiegspreis von 33.800 Euro und mit einer wirklich ordentlichen Serienausstattung. Dazu gibt es zahlreiche Optionen, zum Beispiel Alufelgen bis zu 21 Zoll serienmäßiges LED-Licht, aber auch die Möglichkeit Matrix-LED als Option dazu zu wählen. Der Wiedererkennungswert ist ganz klar. Man erkennt hier vorne am Kühlergrill sofort die Markus Skoda wieder. Dieser Enyaq hat optional aus dem Zubehör einen Fahrradträger verbaut. Auch das ist möglich über die schwenkbare Anhängelkupplung. Das Kofferraumvolumen beträgt 585 Liter bei nicht umgeklappter Rücksitzbank. Wenn wir ins Fahrzeug reinschauen, sehen wir hier als erstes das Infotainmentsystem, was uns sofort ins Auge sticht. Über dieses Infotainmentsystem wird nahezu alles geregelt. Es beinhaltet die Klimaautomatik, es beinhaltet zum Beispiel ein optionales Navigationssystem und auch die Freisprecheinrichtung, gegebenenfalls mit Phonebox zum kabellosen Laden des Telefons. Der Enyaq in der Ausführung als Enyaq 80, wie er jetzt hier steht, wie wir ihn hier sehen, hat 150 kW und eine Reichweite von über 500 Kilometern. Das ist natürlich für ein Elektrofahrzeug, für ein voll elektrisches Fahrzeug, schon eine richtige Hausnummer. Ein Vorteil ist auch, optionales Schnellladen ist möglich. Damit kann das Fahrzeug in 40 Minuten auf bis zu 80% laden. 3570 Euro Herstelleranteil und 6000 Euro Umweltförderung von der BAFA sind sicherlich ein interessantes Argument. Und wenn ihr euch die sichern wollt, dann kommt jetzt vorbei, denn wir haben auch sofort verfügbare Enyaqs, quasi Enyaqs zum Einsteigen und Losfahren. In diesem Sinne, wir sehen uns bei Automobile Müller. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020